Alle Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute eine kleine Runde Getting Over It. Wir sind dieser komische Typ mit dem Hammer, der in einem Topf steckt. Frag mich nicht wieso. Unser Ziel ist es, wir müssen den Hammer steuern und... Ziehst du dich da ran? Danke. Und versuchen über alle möglichen Hindernisse zu kommen und irgendwie... Jetzt zieh dich. Zieht er da hoch? Irgendwie oben anzukommen. Keine Ahnung. Wie, was, warum. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt einfach mal hier den Baum hochzukommen. Ja. Ne, 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 ne. Streck, streck deine Arme aus, Junge. Streck deine, du kannst das. Jetzt die Arme durchstrecke und dann, dreh dich da hoch, dreh dich da hoch, Junge. Dreh dich da hoch. Ja, nein, nein. Junge. Mach mich, mach mich nicht. Junge. Junge, 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 Junge. Ja. Hammer hoch, nimm den Hammer da weg, nimm den, nimm den, nimm den, nimm den, nimm den, nimm den Hammer da weg. Okay, und jetzt wieder hier hoch. Ja. Mit Schwung. Ich hasse das Spiel jetzt schon, Leute, ich hasse das Spiel jetzt schon. Jetzt wieder vorsichtig, da, Bübe. Du schaffst das, Junge, du schaffst das. Ja. Hoch mit dir, hoch mit dir, danke. Nee, da, da, das ist, das ist falsch, so. Wie mache ich das am dümmsten? Nee, so nicht, so nicht, so nicht. Streck, streck den Arm hoch, genau. Und jetzt hier anhaken und dann. Ja, und jetzt hake ich. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hat nur auf 10 Minuten gedauert. Hat nur 10 Minuten gedauert. Okay. Okay. Und jetzt Konzentration bewahren und weiter. Okay. 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 Ja. Und jetzt schnell, schnell, schnell umhaken. Ne, 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 ne. Nimm die Hand zurück, Junge. Nimm doch die Hand zurück, okay. Ja. Ne. Junge. Okay. Ist, ist okay. Kann ich mit arbeiten. Dreh dich, dreh dich. Okay. Langsam, langsam wird's. Langsam hab ich den Dreh so ein bisschen raus. Okay. Vorsichtig. Junge. Junge. Jo. Oh. Okay. 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 Weiter. Du musst dich jetzt vorsichtig hier abstoßen und anders. Oh. Okay. 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 Jetzt. Bloß. Kein Fehler machen. Jetzt. Kein Fehler machen. Komm ich da? Nee, kann ich noch nicht. Junge, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein. Okay. Ja, okay, okay. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, 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 ja. So, komm, 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 das geht. Ja. Nein. Nice, 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 nice. Nein, Junge. Bitte, 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 tu mir das nicht an, tu mir das nicht an. Danke. Oh. Oh, oh Gott, oh Gott. Ihr wisst nicht, was das jedes Mal für ein Glücksgefühl ist, wenn man da drei Zentimeter höher kommt. Okay. Okay, aber jetzt, jetzt bin ich sowieso. Ja. Bitte, bitte, Junge. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Und dann passiert sowas. Dann passiert sowas. Ah. Ja, komm, bitte, 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 Junge. Junge, Junge, Junge. Okay, danke, okay, okay, ne, Junge, 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 okay, danke, deine, deine Arme sind lang genug dafür. Wir haben gerade festgestellt, dass deine Arme lang genug dafür sind. Junge, danke, so vorsichtig. Ja, das ist, bitte, 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 bitte. Setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin. Okay. Millimeter abstoßen. Dann wieder da hoch, wieder da hoch, wieder da hoch. Danke. So, jetzt da hoch, vorsichtig. Tu den Hammer da weg, tu den Hammer da weg, okay. Bitte, 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 bitte. Okay, 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 okay. Okay, okay, nein. Nein, einfach nur nein. Danke, so, okay. Sind wir wieder oben, hab bloß wieder fünf Minuten gedauert. Okay, und jetzt? Vielleicht muss ich den hier machen. Oh Gott, oh Gott, Leute, 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 ich bin so weit oben wie noch nie. Wenn er mich jetzt wieder runter... Nein, nein, Junge, 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 Junge. Bitte. Bitte. Ein Stückchen noch, ein Stückchen noch, okay. Nein! Okay, nein, nein, nein. Das wird noch mal eine halbe Stunde dauern, bis ich wieder oben bin. Ich würde sagen... Oh, nein. Das war's für heute. Wenn ihr noch mal Lust drauf habt, mich zu quälen, dann ja... Lass ein Like da, schreib's in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiß für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein. Nein, nein, nein.